Hey, Sie! Ich? Ja, Sie! Kennen Sie das auch? Sie sind voller Energie und Tatendrang? Können es kaum erwarten, die Welt zu verändern und Gutes zu tun? Ja, ja! Aber dann? Mir ist so heiß! Hitze ist seit Jahrtausenden der natürliche Feind von Aktivität unverantwortlich für schlimmes Klima. Aber nun hat die Kälteforschung eine neue Wunderwaffe gegen den Dämon Hitze entwickelt. Schnee! Schnee dringt tief ins Molekularsystem der Hitze ein und zerstört sie von innen. Früher war mir immer total heiß. Jetzt ist mir nicht mehr heiß. Danke, Schnee! Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie dieses praktische Eiszapfen-Set gratis dazu. Schnee!